Was ist die Nr. 85 Lotus von den Plejaden, von den Starlight-Essenzen? Die gibt es als Essenz oder eben als das Spray, was ich gerade in der Hand halte. Und die Lotus-Essenz ist dafür da, das Licht von den Lotus-Himmeln zur Erde zu bringen. Es steht in direkter Verbindung zu Stonehenge und unterstützt jegliche Form von Lotus-Healing und auch den Fluss vom Himmel zur Erde in jedem, sodass das Licht, was vom Himmel zur Erde kommen möchte, sei es im eigenen Energiesystem oder in Räumen oder für Plätze, dadurch sofort anfängt anzukommen und in den Fluss zu begeben. Das ist also eine Essenz, die besonders schön zur Heilsitzung angewandt werden kann oder wenn mehr Licht einfach kommen möchte, was zu einem gehört und der Weg noch nicht so ganz frei ist, dass es wirklich bis ins inkarnierte Sein vordringt. Das kann überall in der Aura gesprüht werden und stellt diese Lichtverbindung und den Durchfluss der Energien sofort her. Was ist die Nr. 80?